Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Prinzessin, die Prinzessin Wer hat das Licht ausgemacht? Was für ein schöner Abend. Und wie es aussieht, hat Ferdinand schon zu Abend gegessen. Mal sehen, wo die Prinzessin ist. Hallo Prinzessin. Prinzessin. Oh, hallo. Was hast du da? Das ist eine Geburtstagskarte für Großonkel Walter. Macht ihr eine Feier für ihn? Aha. Die Großtante kommt nachher auch. Und dann werden wir tanzen. Und wir haben Luftballons. Und einen leckeren Geburtstagskuchen. Und... Oh. Oh je. Was ist passiert? Der Strom muss ausgefallen sein. Der Strom? Was ist das? Das ist, ähm, äh, naja. Das ist schwierig zu erklären. Meine Güte, es ist ganz schön dunkel hier drin. Ich weiß was. Wo kann sie sein? Oh, ich hab sie. Ich werd schon rausfinden, was dieses Stromding ist und wo es sich versteckt hat. Ich hab' ich siehe. Keine Panik. Das war ein Fuss. So kann ich nicht. Ah, ich bin nicht der General. Oh. Admiral? Was ist das los? Kein Grund zur Sorge, Prinzessin. Nur ein Kuddelmuddel, weil der Strom weg ist. Oh. Was ist Strom eigentlich? Na ja, das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Der kommt aus, ähm, äh... Aus Dosen. Aus Dosen? Äh, nein, nein, Admiral. Nicht aus Dosen. Er kommt aus, ähm, Leitungen. Oder waren es vielleicht Leitern? Oder Treppen? Äh, ja. Hallo, General. Oh. Suchst du da hinten auch nach dem Strom? Wie? Oh ja. Äh, nein. Hier hinten ist auch kein Strom. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Oh. 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 Aw. Ow. Huh? Oh. Ah, nah, jugaht. Oh nein. Nein. Oh yeah. Untertitelung des ZDF, 2020